Unsere Befürchtung, dass dein Wagen ziemlich stark beschädigt ist, hat sich bestätigt. Wir müssen uns auch andere Bereiche ansehen, aber wir tun unser Bestes, um ihn zu reparieren. Welcome back und willkommen zurück zur eSports WC Schweden Rallye Teil 2. Noch läuft alles nach Plan. Unser Auto, unser äußerliches vom Auto, sagt zwar was anderes. Aufhängung. Ich hätte doch schon gerne ein bisschen Power. Ein bisschen Power an sich ist nur ein leichter Abfall. Die Frage ist, ich habe noch, wenn ich hier so ein Luki-Luki mache. Wie viel kostet Luki-Luki machen? 2,30. Das können wir an sich aber schon nicht mehr leisten. Ne, komm, Aufhängung machen wir schnell. Dann haben wir noch ein bisschen Power. Für eine kurze Zeit. Das ist der Weg. Das ist einmal ein neues Reifen, oder? Ähm, Service Park. Wir haben jetzt ein Service Park, danach ein Service Park und danach ein Service Park. Geil, wir können wieder die Reifen komplett durchkneten. Let's gooo! Diese Crew hat bisher einen fantastischen Lauf. 8,2 W. Wir werden jetzt richtig durchkneten. Sieht es so aus, als hätten sie viel Zeit, um alle Reparationen umdach zu führen. Full Attack. Start. 60. Scharf links. Durchskillen. 5, 4, 3, 2, 1, go. 60. War für Musikbar gesorgt. 30. 4, 6, 50. Das war's mit der Haltung. Jetzt wird reingegeebt. 5, 5, lang. 40. 3, rechts. Innen. Und 6, links. Halb lang, macht zu. 80. Ach, yes. Leicht links übersprungen. 30. Achtung. Welle. Und links über Kuppe. In 1, rechts. Halb lang, umballen. 80. Kuppe. So eine schlimme Kurve. Es ist so eine schlimme Kurve. Von der anderen Seite einfach schön, aber von der Seite ist aktuell grausam. Na, die ist auch nochmal versteckt. 4, halb lang. Und Kuppe. Und leicht links. 120. Großer Sprung. 110. 4, links über Kuppe. Macht auf. 40. Ach, zu spät. Wollte die Nasenbettlandung vermeiden. Macht auf. In kleine Kuppe. 130. 5, rechts, kurz. 40. 2, links. 40. 3, rechts. 30. 1, rechts, kurz. Über Kuppe. 40. 3, links, kurz. Innen. 30. 4, rechts. Und 4, links, kurz. 80. Super. 6, links. Halb lang. Langsam. 80. 1, rechts. Halb lang. Und 2, links. Innen. Und 3, rechts. Macht auf. 6. Über Kuppe. 30. 5, links. 30. 6, rechts. Macht zu. 5, links. Gut, dass da kein Tiefschne war. Und bin ich da immer noch drin. Und 6, rechts. 50. 5, links. Scharf. 80. Lang Kuppe. 50. Links über Sprung. Und 4, rechts. Und 6, links. Im kleinen Sprung. 100. 100. Leicht links. 170. Leicht rechts. In Welle. Rechts halten. Und 6, links. Langsam. Und Kuppe. In 3, links. 70. In 5, rechts. 50. 4, links. Innen. 100. 3, rechts. Scharf. Und 6, links. 40. Kuppe. Und 5, rechts. In links. Über Kuppe. 30. 1, links. Kurz. Über Kuppe. 40. 6, rechts. Und 6, links. Kein Fluss bekommen. Und 5, links. Sorry, Leute. In 5, rechts. Halb lang. Macht zu. Über Brücke. In 4, links. Über Kuppe. 70. Oh. Freestyle. 6, links. 6, rechts. Über Kuppe. Und 5, rechts. Über Kuppe. Und 5, links. Kurz. 30. 4, rechts. Und links. Über Kuppe. 40. 6, rechts. Und 6, links. In 4, rechts. Über Kuppe. Macht auf. Lang. In Welle. In Kuppe. Oh. Da war ich zu spät dran. In 5, rechts. Kurz. Langsam. 30. Abzweigung. Scharf. 70. 6, links. 50. Aua. Immer noch. Immer noch. Nichts. Über Kuppe. 50. Lang. Kuppe. 40. 6, links. 70. Hätte ich später schalten können. Krieg so hardback auf. Und 5, rechts. Kurz. 40. 4, rechts. Scharf. 70. 4, links. 80. 4, rechts. Halb lang. Mach zu. Und 4, links. Kurz. 120. Kleine Kuppe. 30. Rechts über Kuppe. 40. 3, rechts. Kurz. 40. 6, links. Mach zu. 4, lang. 120. 3, rechts. Macht auf. 130. 6, links. Über Kuppe. Lang. Ja, jetzt hat ich eine perfekte Zeitpunkt-Boost. Geil. Bang. Das ist eine Zeit von 4 Minuten. 13,3. Das war ein guter Run. Und jetzt weg mit den Reifen. Übrigens, das gute an der schnellen Reparatur ist, im besten Fall sind unsere Teile wieder kaputt, sodass ich die jetzt vernünftig reparieren kann. Ein schönes, reibungsloses Rennen durch diese Etappe. Und jetzt kriege ich die reparieren. Diese Crew wird ihre Position in der Besuchwerte, bevor wir es verteidigen. Äh, ja, guck mal hier. Guck dir mal hier. Guck dir mal hier. Wir sind abgerutscht. Auf die 4. Warum? Waren wir nicht? Achso, nee, 3 ist möglich. Nee, was? Vor allem 4. 50 Sekunden. Aber hey, 3 Sekunden gut gemacht. Es geht voran. Okay, deine Motortemperatur steigt an. Ja, it's fine. So, das ist nicht maximal. Das ist auch nicht maximal. Warum nicht? Wir haben doch die Zeit. Macht maximal. Alles, alles neu. Rein damit. Oh, top. Top, 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 top. Voll repariert. Das ist schön. Und nochmal gute Reifen. SS-Funk-Svernuckelt einfach gerade alles. Das muss jetzt gleich die schlimmste Fahrt der Welt werden. Es läuft so gut. Übrigens, ich habe nachgeschaut. Unter der Lufthutze. Diese Can-Block-Aprikant-Tieflage. In dem Speed-Build-Video ist sie tatsächlich komplett. Und auch mein Heckflügel ist tatsächlich von der Seite komplett bemalt. Also irgendwie hat das wieder kacke gespeichert. Wie damals beim RSR-Design. Wo da vorne immer so eine kleine Folierkante war, die im Designprozess weg war. Ausgebessert, abgespeichert, im Menü angeguckt. War wieder da. Oh, jetzt. Nein, oh, meine Hände. Ich fettfingere. Oh, wir haben einen. Wie im Extra-Rad. Ich habe schon im Service-Bar gefettfingert. Vier, drei, zwölf, eins, go. 130. Drei rechts, macht auf über Kuppe. Und dränke 80. Wir haben keine 23 Kilo extra an Bord. Und drei links, 40. Drei rechts kurz. Richtig rein, 120. Obwohl ich ja mitgenommen habe, war das trotzdem optisch da. Sechs links über Kuppe. Halb lang, macht zu. In Kuppe. In vier rechts, macht auf. Die sind seltsam, ist an den meisten Punkten. Links über Kuppe. 100. Vier links über Sprung. Halb lang, 120. Ich bin jetzt einfach noch nie in der WC aufgefallen. Sechs rechts über Sprung. Weil ich halt nicht drauf geachtet habe. Und wir meistens halt schwarze Felgen. Greifen sowieso. In Kuppe, 80. Kuppe. Und leicht rechts, sehr lang. Und vier links, halb lang, macht zu. Und drei rechts. Und vier links, macht auf, lang. In sechs links, nicht schneiden, 110. No. Oh, no. Welle. Und vier rechts scharf. Und leicht links, in Welle, in Welle. Leicht rechts. Und Kuppe. In vier links, macht zu, nicht schneiden, 70. Langsam, fünf rechts, sehr lang. In Abzweigung kehre rechts. 60. Wird breiter, späte drei links. Macht auf, lang, 80. Vier rechts, nicht schneiden, macht auf. In rechts über Kuppe. In fünf links, macht auf, lang. Und sechs rechts, in Brücke. Und fünf rechts über Kuppe. 40. Zwei links. Und drei rechts, halb lang, macht auf, 30. Späte zwei links, halb lang. Und leicht rechts, nicht schneiden, 40. Leicht links, 200. Ah, die ist sehr schön, wenn die so bleibt, das wird richtig. Und fünf links, macht unten in Kuppe. Und zwei rechts, macht auf, halb lang, 40. Späte drei links, lang. Schnell und breit. 120. Und vergebend. Kuppe, 80. Drei rechts kurz. Und links über Kuppe, 30. Vier rechts kurz, über Welle, 40. Schade. Sechs links, nicht schneiden, 120. Spät, sechs links über Kuppe, 40. Vier rechts, lang, 120. Und links über Kuppe, 40. Und späte vier rechts, 50. Späte drei links, halb lang, macht zu, nicht schneiden. Und fünf rechts, sehr lang, bremsen. Und Abzweigung, scharf rechts, verdeckt. Und sechs links, 240. Bisschen zu früh alles eingeleitet für diese 90 rechts. Späte sechs rechts, über Kuppe. In leicht links, 60. Links über Kuppe, 250. Früh, sechs links über Kuppe, 60. Leicht rechts, lang, 50. Spät, fünf rechts über Kuppe. Macht zu und vier links kurz, über Kuppe. Und sechs rechts. Zeit in. Und fünf links, 80. Leicht links, 50. Sechs rechts über Kuppe, lang, 80. Links über Kuppe, 70. Leicht links, halb lang, 170. Kuppe, 70. Fünf links, macht auf, 70. Vier rechts kurz, über Welle, 90. Leicht rechts über Kuppe, 130. Langsam. Sechs rechts, nicht schneiden, 80. Abzweigung, eins links, kurz, 70. Leicht links über Kuppe, 40. Kuppe, 100. Ich habe angefangen zu schneiden. Vier rechts scharf, über Kuppe, und sprung. Wann ist das passiert? Sprung, 40. Links über Kuppe, 50. Fünf links scharf, über Kuppe, 80. Kuppe und sprung. In sechs links, macht auf, 80. Rechts über kleine Kuppe, 30. Und links über kleinen Sprung, 90. Links über großen Sprung, 50. Leicht rechts, in Kuppe, 70. Kleiner Sprung, 70. Links über Welle, 50. Sechs rechts über Kuppe, macht zu. Vier, kurz über Sprung. Und fünf links, 40. Späte leicht links, sehr lang, über Kuppe. Oh, oh. 140. Oh, wir stricken, by the way, einen komplett grünen Schal. Langsam, sechs rechts über Kuppe, macht zu. Drei, nach Kreuzung, 120. Über Ziel, in Kuppe, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von fünf Minuten. 6,5. Yeah, ja. Das heißt, die nächsten Stages, das könnte jetzt wieder richtig schlimm werden mit dem Wetter. Kommt mal eine Angststage aus der ersten WRC-Saison. Komplett, äh, Sturm. Dass man eine Sichtweite von Zero hat. Auf dieser, auf der, exakt dieser Stage. Mit der Leistung können Sie zufrieden sein. Oder gibt es tatsächlich ein Änderungswetter-System? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Vier Sekunden auf den Spitzenreiter. Ähm. Getriebe, Druckverlust-Turbolader. Warum Turbo? Why? Bis zum Dritter. Zehn Sekunden auf P1. Krass, und der Bürgermeister von Bradby. Vier Zehntel hinter P1. Oh Gott, das ist ja richtig spannend. Das ist vielleicht nicht die längste Tappe. Aber was mich wirklich die ganze Zeit runterzieht, ist, dass das Design einfach fehlhaft abgespeichert wurde. Dass hier am Heck, einfach zum Teil das Design fehlt. Wie gesagt, es war ja da, beim Speed-Bild-Video. Ich hab's ja, ich gucke ja immer nochmal zwei Minütchen drauf, ob alles stimmt. Und auch das Ding an der Heckklappe. Über dem Logo der Bogen. Der war, der war gepatcht. Aber hat er einfach Kacke abgespeichert. Wie damals beim SR. Ikelhaft. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. 5, 4, 3, 2, 1, 100. Ich, ich bin also, ne? Upsi. Start 100, 4 rechts, viel Glück. So, und dass das alles natürlich jetzt zusammengekartet wird. Ähm, was hab ich grad noch gesagt? 5, 4, 3, 2, 1, go. Wubb, wubb, wubb. 4 rechts, und 6 links, halblang, 50. 4 rechts über Kuppe, nicht schneiden. Und 3 links kurz, nicht schneiden. Und 4 rechts, 40. Links über Kuppe, 30. 3 links kurz, nicht schneiden, 80. 4 links, macht auf über Kuppe, 50. Oh, gehen sie runter? 5 rechts über Kuppe, 50. Habe ich nochmal mitgenommen, das Ding. 4 rechts, langsam, 100. 1 links, nicht schneiden. 90, 2 rechts, macht auf, lang, nicht schneiden. Ah, die gute Auslaufzone, halbe Polrikar. 4 links, 90. Spät, leicht links über Kuppe, sehr lang. 100. Achtung, 5 rechts, macht zu über Kuppe, 120. Rechts über Sprung, 130. Achtung, großer Sprung, 70. 4 links, halblang, 30. Kuppe, sofort 3 rechts. Macht auf über Kuppe, 180. 5 links über Kuppe, 50. Kuppe, 40. 5 links, nicht schneiden, macht auf, 90. Achtung, 3 rechts, über Brücke und Abzweigung. 1 links, kurz, 70. Leicht links über Kuppe. Und 5 links kurz, nicht schneiden, 100. 5 rechts kurz, 70. Links über Kuppe, 110. 6 rechts, über Welle, 90. 6 links, halblang, nicht schneiden. Und leicht rechts, in Kuppe. Langsam, 140. Schneiden. Abzweigung, abzweigung, scharf rechts. 40. 6 links, über Welle, 40. 40. 5 links kurz, und 5 rechts. Macht zu, in 5 links. Halblang, nicht schneiden. Und 6 rechts über Kuppe, 40. Kurz, 4 links, 4 rechts über Kuppe. Und 5 links, 40. 5 rechts. Und späte 6 links, über Kuppe, 60. 3 rechts, nicht schneiden. Und 6 links, über Kuppe, 60. Rechts über Kuppe. In Welle. Und 2 links, nicht schneiden. Und 4 rechts kurz, nicht schneiden, 90. Langsam, links über Kuppe, 40. Hier ist es gar nicht verbunden. Man ist nur verbunden, bei Schwind, weil die Bäume zu fällen. Und danach muss man alles entfernen von der Vollstelle. So, als man quasi nie da gewesen wäre. It's fine. Und 6 links, nicht schneiden. In leicht rechts, langsam, 70. Abzweigung, scharf links. Oh, 2 mal rot. Hier ist vorbei. Und leicht rechts über Kuppe, 100. Oh, haha. Muss ich das Ding da rumschmeißen, damit ich da rumkomme. 6 rechts, halblang, mach zu. Weil sonst wäre ich nicht herumgekommen. 6 links, 60. Und das wäre dumm. Wenn ich das Ding nicht so rumgeworfen hätte. Und 3 links, nicht schneiden, 140. Aber dann ging es doch herum. Drumherum. Leicht links über Kuppe, 70. 3 links, macht auf, 50. 3 rechts, sehr lang. 60. Sprung, 120, langsam. 6 links, 40. Abzweigung, 1 rechts kurz. In 5 links über Kuppe, 150. Was ist das Ding? Oh mein Gott. Das Auto ist gerade schmaler geworden. 6 links, über Welle, 160. Späte 6 rechts, über Kuppe, 90. Leicht rechts über Kuppe, sehr lang. Zu viel, ich habe zu viel gelingt. 50, Welle, 110. Sprung, 160. Links über Kuppe, 190. 20 Kilometer geradeaus, das wäre es. Schöner Rallyeabschluss. 50, Lang Kuppe, 100. Achtung, späte 5 rechts, 40. Ich habe jetzt schon wieder fixiert in die Kurven gehen, so lange fahre ich gerade aus. Und leicht links. In Kuppe, 40. Kuppe, 130. Überziel, 3 links, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 4 Minuten, 51,9. 3,8. Geradeausfahren ist es. Geradeausfahren ist es aber komplett, Jorotti. Aber wird auch keiner angefahren. Zur Feier des Tages. Oh Mann, das war, das war wieder eine gute Folge. Es ist eine Streak. Drei gute Folgen hintereinander. Craig Green, und wo ist EP? Wo ist Azza Pekalapi? Kreiz Kruzifix? Das ist, das ist das Schmarrn. Da hole ich gleich meinen Fotzenhubel raus. Übrigens ist der Mutter Monika ein Fotzenhubel. Ja, Mensch, Craig, äh, nee, nicht Craig Green, sondern EP hat es nochmal an die Wand gefeuert. Ist vierter. Der Bürgermeister ist erster. Acht Sekunden hinter Bürgermeister. Geil. Zum Abendbrot einfach, als Feier des Tages, Burger essen. Weil ich bin ein guter Bürger. Ist auch der Bürgermeister. Oh Gott, ich, einfach jetzt die Klappe halten. Leute, morgen, 7, 8 und 9, es wird gut. Bye, have a great time.